ja halli hallo und ein herzliches willkommen zurück zum as effect andromeda so ich habe mir mal den marco geschnappt den nomad und damit ging das ganze ein bisschen schneller denn die leichen sind tatsächlich über den gesamten planeten hier verteilt so wie es aussieht und deshalb nehmen wir mal das fahrzeug so hier sei da ich wollte gerade sagen hier soll einer rumliegen noch ein mordopfer ich habe die relevanten informationen erfasst sehr schön gut gemacht so ich habe da vorne in erinnerungsauslöser gesehen den nehmen wir natürlich noch mit noch ein erinnerungsauslöser ja aber meine speichermatrix ist immer noch blockiert es sind weitere auslöser erforderlich ok dann suchen wir nachher nach weiteren wir werden wohl welche finden theoretisch gut ich würde sagen wir sehen uns dann bei der nächsten leiche das trifft es ziemlich genau alles laut fliegen logisch ich lehne sie nicht und was ich so weit kenne mag ich sogar macht es ihnen das einfacher ja ja das tut es ah ja ok so hier irgendwo da ist es auch schon das dürfte es gewesen sein wir haben gefunden was möglich war gehen wir zurück zu scenaris jup und ich komme nicht mehr hoch warum habe ich das vorher gewusst dass das wieder so eine verflixte laggasse werden würde und gerade sagen schulter doch mal einfach altert gewehr kommt schon ja na dann eben unten lang meine güte hier könnte ich aber irgendwo noch einen aufklärungsposten einrichten habe ich gesehen hier soll noch eine ahnungsauslösung sein ok dann würde ich sagen scheinbar ist alter sobald wir an den allrad geschaltet haben und das ding hier hoch gekrackselt ist danke würde ich sagen schauen wir uns das mal an und das kit keine ahnung aber hier oben soll auf jeden fall erinnerungsauslösung sein das war was das ist doch bestimmt aber wieder so eine stelle wo ich nicht ja doch ich scheine anscheinbar doch scheine hochlaufen zu können und da oben soll irgendwo der auslöser sein ok da ist ja schon schon ist gut so aber meine speichermatrix ist immer noch blockiert es sind weitere auslöser erforderlich sehr schön so ich würde sagen dann setzen wir gleich noch diesen abwurf punkt hier aufklärungsposten und dann können wir hier auch schnell reisen denn die fünf leichen habe ich ja und ich bin mal gespannt was dann hier wohl passieren wird aktiviere automatische errichtung von aufklärungsposten sehr schön sehr schön ich habe sie ihrem system hinzugefügt gut gut nice dann merken wir uns mal das lager hier und gehen mal hier hin zurück wie kommen sie dazu so etwas zu sagen ich sehe es in ihren augen achso gut nur weil es wahr ist können sie es auch laut aussprechen ich habe sie beleidigt ich bin nicht beleidigt ich will einfach nur dieses gespräch beenden ich habe sie verletzt das gespräch ist beendet okay so mal gucken hallo haben sie die fundorte der opfer nur so ist gewährleistet dass ihnen gerechtigkeit widerfährt oder sie geben mir die daten und erhalten eine schnelle belohnung etwas reelles nein wir wollen gerechtigkeit eigentlich jemand muss für diese morde zur rechenschaft gezogen werden danke eine zivilisation ist nichts ohne gerechtigkeit gut sehr schön aber jetzt gucke ich gleich nochmal wo ich denn diesen tatort hier finde alles klar der ist hier na denn dann würde ich das sagen machen wir mal noch eine schnellreiche hier hin also der planet sieht ja schon geil aus so und ich würde aber sagen ich nehme mal lieber die straße ne auch wenn die leutchen hier erstmal auf mich schießen aber ist mir fast sicherer da war ich schon da hätte ich vorhin mal umschalten können dann wäre ich da vielleicht ein bisschen schneller reingekommen naja gut warum hängt an dieser stelle eigentlich immer das spiel ja 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 ich bin jetzt am tappen ich bin jetzt am tappen ich habe einige informationen über den toten er war ein männlicher kroganer namens zeer man hat ihm den bauchpanzer herausgebrochen bevor er erschossen wurde ja ouch sie wollten dass er leidet das darf nicht ungestraft bleiben führen sie das scanning durch suchen sie nach allem was uns einen hinweis auf den mörder liefern könnte okay gut dann darf ich ja ausnahmsweise mal sachen scannen die fußabdrücke sind eindeutig angaranisch ich zähle mindestens drei angreifer die spuren deuten auf einen hinterhalt hin das passt ins profil der roca das ist doch schon mal ein anfang ahja eine bratpfanne ne sie werden ihn wohl wahrscheinlich nicht das passt zu ihrer roca theorie Reyes wird noch bratpfanne ausschlagen haben ne die politische zugehörigkeiten scannen sie weiter wir brauchen eindeutige Beweise Beweise ein Messer der Mörder muss es auf der Flucht fallen gelassen haben auf der Klinge ist irgendetwas eingraviert ein zuhause voller Fremder wird zu einem Gefängnis das sind Axuls Worte wir wissen nicht ob der Täter ein Angara war ein Exzellant könnte das Messer gestohlen haben das ist wohl wahr das könnte durchaus sein ok das wäre die Mission mit dem Cat Transponder aber weil die so ziemlich in der Nähe ist würde ich mal sagen würde ich mal sagen die Energiequelle des Transponders ist erschöpft es ist eindeutig defekt die Energiequelle des Transponders ist erschöpft dann laden wir ihn wieder auf sobald er aktiv ist kann Gil seine Magie wirken anschließend sollten wir die Position des Archons ermitteln können und danach auch die Meridians damit sind wir unserem Ziel uns in Helios ein Zuhause aufzubauen einen großen Schritt näher gekommen oh klar der schwierigste Teil liegt eindeutig hinter uns ah ja natürlich sicher doch Reyes braucht nach wie vor ihre Hilfe bei der Untersuchung der Morde in Cadera Port ja ist ja gut machen wir ja schon machen wir ja schon ich würde aber gerne noch wissen wo mein Gott wo die Mission von äh Drek ist äh äh da es ist nicht in der Nähe anscheinend da vorne gut dann würde ich sagen fahren wir da mal noch hin werde es natürlich schneiden weil das ist ein ziemlich langer Weg bis wir da sind und ich würde ich würde sagen wir sehen uns gleich dort so ich musste ja aussteigen weil hier tatsächlich Fahrzeugminen gelegt sind oh je wir haben Besuch das ist kein Besuch das ist der Pathfinder Spender muss gequatscht haben verschwinden wir von hier schnell ins Shuttle ein undokumentiertes Mineral ohne den Pathfinder warte warte auf uns der Bastard hat uns einfach zurückgelassen hast du was anderes erwartet das Shuttle ist ohne sie gestartet tja dann würde ich mal sagen was zum Teufel machen wir jetzt kämpfen schätze ich mal in die Trinkgäste richtig kämpfen ach bist du das schön wenn du sauer bist der hat Schilde ne ach komm werde ich doch nicht so mein Gott äh 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 so war es das? Drei in so nehm so so alles schön scannen alles was zu scannen geht naja ich geh gleich da rein keine Angst erstmal nehme ich hier schön noch alles mit Quetra was willst du da unten? ein William Spender von Verborgen Hallo Spender wir haben ihre Vorräte erhalten aber ich weiß nicht wie wir damit weiterhin Druck auf die Groganer ausüben sollen es ist nur die Hälfte von dem was sie zugesagt hatten sollen wir sie etwa mit Essensration bewerfen das wäre doch mal eine neue Art der Kriegsführung oder? ich habe langsam den Eindruck es war keine gute Idee ihnen zu vertrauen haben sie überhaupt den Scrambler benutzt den ich ihnen gegeben habe? ich wette er liegt irgendwo in ihrem Quartier herum sie haben einen Titel das bedeutet Macht setzen sie ihn ein naja Spender hat also Waren von der Nexus zu diesen Exilanten geschmuggelt warum? dieser Aron scheint wegen irgendetwas besorgt zu sein das in Spenders Quartier auf der Nexus versteckt ist in dem Datenpad wird ein Scrambler erwähnt er würde den Zustand der Datei in den Sicherheitsarchiven erklären ich empfehle ihnen dringend ihn sicherzustellen wir müssen also nur den Scrambler finden dann ist Spender geliefert alles klar naja nur ne das sagt sich so einfach gut gut interessanter Ort ok ja davon gibt es ja einige aber ich würde sagen den ganzen Planeten suche ich jetzt einfach mal nicht ab wir reisen mal zum Anfangspunkt zurück und reden dann nochmal mit Grace wegen den Morden und dann sollten wir hier auf Katara eigentlich auch erstmal also fertig sind wir noch nicht weil wir wissen ja hier das Gewölbe ähm noch aktivieren das haben wir ja auch noch so don't so gedauern wenn das folgt also einmal zu us rück alter hängt das spiel manchmal fest das ist übel ach ne hier war es irgendwie nicht da ist er der gute einer meiner kollegen hat sich bei mir gemeldet hat es geschafft zu verlassen er ist ein freier mann dank ihnen sie haben mich reingebracht das ist ja auch mein job wolle beim nexus aufstand das würde mich mal interessieren ich hatte mit diesem unsinn nicht das geringste zu tun warum haben sie die nexus dann verlassen ich fand die art wie 10 die dinge gehandhabt hat nicht gerade vertrauenserweckend also entschied ich dass ich alleine besser dran bin ich bin gemeinsam mit den anderen von bord gegangen und schließlich hier gelandet ok das kollektiv und die verbanden scheinen sich nicht sonderlich zu mögen nicht alle sind glücklich darüber unter sloans fuchtel zu stehen sämtliche ressourcen kaderas gehen an die verbanden wir anderen kriegen nur die reste ab das kollektiv behauptet zwar unter ihm wäre es anders aber es ist schwer einem anonymen anführer zu vertrauen vor allem bei einem titel wie charlatan ich muss zugeben ich bin ein bisschen neidisch es ist ein viel besserer decknahme als schena haben sie eine idee wo das kollektiv operiert angeblich in einem eleganten versteck in einer der höhlen in drawlir ich war selbst noch nie dort wie lange arbeiten sie schon mit dem widerstand zusammen ein paar monate nachdem sloan kadera port vor den kett gerettet hat wollte afra darüber informiert bleiben was hier vor sich geht er dachte die leute wären einem von ihnen gegenüber vermutlich etwas auskunftsfreudiger und er hatte recht aber das gilt auch für die kett wie hat sie sich vertrieben unterschätzen sie niemals das überraschungsmoment die kett waren auf einen angriff aus dem hinterhalt nicht vorbereitet aber sie können jetzt los taktik nächstes mal wird sie nicht so viel glück haben irgendwie kommt mir die synchron stimme von race auch bekannt vor ich habe mich nicht woher was bedeutet er ist das ein garanische wort für ich bin gut mit worten ist klar nee so genau weil ich es nicht wissen mehr muss ich nicht wissen sie haben gefragt ich bräuchte jetzt schon besser gehen rider ja verstehen sie mich nicht falsch aber sie sind hier nicht sonderlich beliebt in kadera port meine ich was ich damit sagen will ist sie brauchen einen freund einen insider der ihnen zur seite steht ich könnte dieser freund sein falls sie also informationen über exzellenten sloan oder was auch immer brauchen kommen sie zu mir danke denke ich gut also ich denke mal die anderen nebenmissionen hier die werden nicht sonderlich interessant sein das waren die eigentlich auf keinem planeten was so die von den normalen npcs waren von daher würde ich sagen machen wir auf kadera port noch das gewölbe und bauen hier den außenposten und dann würde ich sagen machen wir auch mit der haupt story weiter also im nächsten part große gewölbe action wieder außer es wird unspektakulär wie in aja das war ja mal nichts aber gut ich würde sagen an dieser stelle verabschiede ich mich von euch und danke fürs zusehen folgt mir auf twitter oder meinem discord wenn ihr nächstes mal verpassen wollt und bis zum nächsten mal tschüss